Seit sechs Wochen Tampon vergessen. Das kann dir wohl nicht passieren. Das ist genau das, was meine Patientin zu mir auch gesagt hatte, nachdem ich einen Tampon gefischt habe, der sechs Wochen schon drin lag. Wie es dazu kommt, wie du es merkst, was daran vielleicht auch gefährlich ist und vor allen Dingen, wie kriege ich das wieder raus, wenn ich bemerkt habe, ich habe einen Tampon verloren, erzähle ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Med Konstantin Wagner und mit diesem Kanal möchte ich dir helfen, dir selbst besser helfen zu können. Das Ganze mache ich mit meinem Fachwissen, was ich dir verständlich vermittle und du sagst, wow, coole Sache, vielen Dank dafür, dann sag es mir doch gerne mit einem Abo das Danke. Ja, tatsächlich, so passiert in der Praxis vor nicht allzu langer Zeit ganz normale Vorsorgeuntersuchung. Es ging ein bisschen auch um Zyklusstörungen und dann sehe ich bei der Untersuchung auf einmal einen Tampon. Tief, tief, tief in der Vagina, der anscheinend auch schon ein paar Tage länger ist. Die Frage nach der letzten Periode sagte sie dann, ja, das ist ja das Problem, das ist jetzt sechs bis sieben Wochen her. Da hat sie wohl dann auch das letzte Mal einen Tampon benutzt. Also war das ganze Ding sechs bis sieben Wochen da drin gelegen. Das ist nicht ungefährlich. Wir sprechen nachher noch über das Toxic Shock Syndrom. Aber lass erst mal über ein paar Basics sprechen. Vielleicht ist es dir ja auch schon mal passiert und du würdest auch behaupten, nee, never, ever. Ich habe mal eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Kanal. Das Ergebnis blende ich dir hier mal ein. Du siehst, 15, ja, zum Schluss waren es 16 Prozent. Ist das auch schon mal passiert? Also gar nicht so selten, muss man sagen. Klar, der Mehrzahl ist es so noch nicht passiert, aber kann ja auch noch sein. Wie passiert das eigentlich? Man merkt doch, dass man da oder man weiß ja, dass man da irgendwie einen Tampon eingelegt hat. Manchmal vergisst man es. Das ist tatsächlich Fakt, denn ein gut sitzender Tampon ist nicht wirklich spürbar. Dann wäre es nämlich die falsche Größe. Also kann man das im Hektik des Alltags als Frau im Job irgendwo auf der Toilette doch mal vergessen, dass man da schon einen Tampon eingeführt hat und legt einfach einen hinterher. Was aber auch nicht selten passiert ist, dass beim Geschlechtsverkehr vielleicht der Tampon doch ein bisschen höher geschoben wird vaginal, sodass man nicht mehr an dieses nette Rückholfädchen kommt. Oder das nette Rückholfädchen ist ziemlich fest, kann aber auch mal reißen, sodass Tampon oben bleibt und der Rückholfaden ist in der Hand. Dann gibt es auch noch Tampons. Du wirst vielleicht kennen die Soft-Tampons. Die haben gar keine Rückholfädchen, die haben nur so eine Mulde. Und je nach Fingerlänge der Frau oder Vaginallänge der Frau kann es manchmal schwierig sein, da überhaupt selbst ranzukommen. Du siehst schon, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie es doch passieren kann, selbst der aufgeklärtesten und differenziertesten Frau. Aber das sollte dann auch irgendwie bemerkt werden. Und damit kommen wir zu den Symptomen. Wie merke ich eigentlich, dass ich einen Tampon vergessen haben oder verloren haben könnte? Vier bis acht Stunden sollte ein Tampon maximal in der Frau verbleiben. Danach sollte das Ganze gewechselt werden. Diese Faustregel kennst du sicherlich auch. Gründet sich daher, dass in den 80er und auch noch späteren 90er Jahren ein Symptom immer wieder aufgetreten ist. Das nennt sich Toxic-Schock-Syndrom. Und das ist mitunter lebensgefährlich, denn es hört sich schon so gefährlich an. Toxic-Schock und das ist es eben auch. Jetzt zählt zum Schluss nochmal was darüber. Und deswegen sind da auch viele ganz auf halb acht, wenn ein Tampon vergessen würde. Das sei schon mal so vorweg gesagt, die Tampons von ihrer Zusammensetzung sind besser geworden, sodass das Toxic-Schock sehr selten geworden ist. Nichtsdestotrotz, bei fünf, sechs Wochen Liegezeit kann sowas natürlich trotzdem passieren. Und die Symptome sind teilweise gar nicht so ganz klar. Wichtigstes Symptom ist im Prinzip der Geruch. Du setzt dich auf die Toilette und dir wabert ein übelriechender, fast faulig-fischiger Geruch nach oben in die Nase. Ignoriere diesen Geruch bitte nicht, sondern nimm ihn ernst. Selbst wenn es kein Tampon sein sollte, ein fischiger Geruch oder ein sehr übelriechender Geruch, nimm diesen Geruch bitte ernst. Selbst wenn du keinen Tampon verloren oder vergessen haben solltest, ist dieser Geruch abklärungsbedürftig. Denn hier scheint doch wirklich irgendwas Bakterielles hinter zu stecken. Fischiger, übelriechender Geruch gehört dort einfach nicht hin. Wenn du sowas bei dir bemerkst, einmal abklären. Und das ist auch wirklich so das Hauptsymptom, muss man sagen. Natürlich, man kann auch mal einen veränderten Ausfluss haben. Auch mal eine leichte Schmierblutung. Wenn man schon Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagenheit hat, dann ist schon Alarm angesagt. Denn hier kommen wir gleich wieder zum Toxic-Schock-Syndrom. Also wirklich ernst nehmen, wenn der Geruch sich innerhalb von ein paar Stunden oder auch wenigen Tagen verändert. So, was kann ich tun? Beziehungsweise erstmal die Basics. Was passiert eigentlich, wenn so ein Tampon da drin bleibt? Ja, im Prinzip nicht so viel das Problem ist. Das saugt sich natürlich schön voll, das Teil. Und dann können da herrlich Bakterien drin brüten. Es ist warm, es ist feucht, es hat tolle Nährstoffe. Perfekter Rasen für Bakterien. Und das ist auch das große Problem. Es gibt Bakterien, die machen spezielle Toxine, also Gifte. Allen voran Staphylokokken zum Beispiel. Und diese Toxine können wirklich eine Blutvergiftung auslösen und zu diesem Toxic-Schock-Syndrom führen. Was wirklich intensiv medizinisch behandelt werden muss. Dazu wie gesagt aber gleich der Steckbrief. Aber mehr kann erstmal nicht passieren. Viele haben Angst, wenn das Ding hochgeschoben wird beim Geschlechtsverkehr etc. Dass das dann irgendwie in der Gebärmutter landet. Da braucht ihr keine Angst haben, denn eure Gebärmutter hat ja unten einen sogenannten Muttermund. Und dieser Muttermund, ich weiß nicht, ob man es sieht, der ist relativ klein. Also so ein kleines Grübchen, kannst du dir vorstellen, wie die Öffnung vorne beim Mann. Oder aber auch bei der Frau die Harnröhrenöffnung. Und da einen Tampon mit Gewalt reinzuschieben, das würde man merken. Es passiert also nicht, dass der Tampon irgendwie in der Gebärmutter dann landet. Oder noch schlimmer, über die Eileiter irgendwie im Bauchraum. Es bleibt vaginal und das ist vielleicht das Gute. Denn wir kriegen das irgendwie daraus. Und dazu kommen wir jetzt, was du vielleicht zu Hause selbst schon machen kannst. Um dran zu kommen, erzähle ich dir jetzt. Und was ich machen kann in der Gyn-Praxis, das erzähle ich dir danach. First things first, keine Panik. Wenn du jetzt gemerkt hast, heute Morgen, ich habe einen Tampon benutzt. Und jetzt habe ich den Faden in der Hand oder ich komme nicht mehr dran. Erstmal Entspannung. Das ist nämlich ganz wichtig. Die Vagina ist eine riesige Muskelröhre. Wenn du jetzt völlig verkrampft an die Nummer rangehst, dann wird das erstmal eh nichts. Du kannst natürlich versuchen, mit sauberen Fingern erstmal versuchen, dran zu kommen. Dafür würde ich erstmal den längsten Finger benutzen. Und mit dem besten Winkel, das ist meistens der Zeigefinger. Wenn du dabei in die Hocke gehst oder auch wie beim Einführen von so einem Tampon ein Bein oben aufstellst, auf dem Badewannenrand oder auf die Toilette, dann kommt man ein bisschen besser dran. Auch im Bett möglich. Wenn du einfach den Beckenboden ein Stück weit entspannst, die Beine anziehst, kannst du es auch versuchen. Also Hocke ist schon mal eine gute Möglichkeit. Dann versuchst du mit einem Finger erstmal irgendwie dran zu kommen. Merkst du was, dass da irgendwie was Weiches ist, dann hast du schon mal fast gewonnen. Dann kannst du nämlich den zweiten Finger dazu nehmen und versuchen, den Faden oder eben auch den Tampon selbst zu knipsen und rauszuziehen. Ich glaube, das machen alle reflexartig schon mal richtig, um da irgendwie mit den Fingern dran zu kommen. Klappt das nicht, kannst du tatsächlich versuchen, in der Hocke oder in der Position ein bisschen zu pressen. Als ob du ein Kind gebären möchtest und wenn du das noch nicht getan hast, als ob du den Beckenboden anspannst oder ja, als ob du Stuhlgang machen möchtest. Also richtig mal ordentlich pressen. Das bedeutet nicht, dass dein Tampon gleich wie aus der Pistole geschossen heraus ploppt. Aber vielleicht manövrierst du es so durch die Muskulatur ein Stück weiter in eine bessere Position, damit du wiederum mit den Fingern dran kommen kannst. Du kannst diesen Pressvorgang also auch mit innenliegenden Finger machen, um zu gucken, ob du unter Pressen ein wenig besser dran kommst. Funktioniert das auch nicht. Kannst du als nächste Möglichkeit versuchen, das Ganze mal in der Badewanne zu machen, ja, in der vollen Badewanne. Denn was passiert? So ein Tampon wird sich natürlich auch vollsaugen mit Wasser. Gerade auch, wenn man den Beckenboden öffnet, den Vagina öffnet. In der Badewanne hast du vielleicht auch schon mal bemerkt, kann ja auch ein bisschen Flüssigkeit reinfließen. Tampon saugt sich maximal voll, wird schwerer. Auch hier haben wir vielleicht durch die Schwerkraft, durch das Pressen die Möglichkeit, besser dran zu kommen. Funktioniert das auch nicht, dann müssen wir mal über das Verhältnis deiner besten Freundin oder deines Partners, deiner Partnerin zu dir sprechen. Denn selbst dran zu kommen ist manchmal gar nicht so leicht. Einem fehlt irgendwie so zwei, drei Zentimeter durch den Winkel. Wenn du jetzt eine gute Freundin hast oder auch eine Partnerin, ein Partner, der oder die sich zutrauen, ich gucke mal nach, geht das natürlich auch. Auch hier bitte am besten Handschuhe, maximal Hände waschen, dass alles schön sauber ist. Wir wollen jetzt keine Keime hier auch noch verstreuen. Und dann, selbe Position wie beim Gynäkologen im Prinzip, irgendwas unters Becken machen. Ein dickes, festes Kissen, dass der Poppes ein bisschen hochkommt. Am besten am Bettrand machen, Beine aufstellen, vielleicht sogar die Beine auf die Schultern der Freundin und des Freundes. Und dann darf er oder sie mal vorsichtig fühlen, genauso wie ich es dir gerade beschrieben habe. Und du darfst natürlich auch vorsichtig entgegenpressen, ob er oder sie vielleicht mit dem Finger drankommt. Wichtigster Hinweis hier, bitte, 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 alles schon erlebt, keine Gegenstände in Vagina führen. Keine Pinzette, keine Rohrzange, alles schon erlebt, bitte nicht. Ihr habt ein so hohes Verletzungsrisiko, die Vagina ist keine Röhre, die offen steht, sondern sie ist zusammengefallen. Und deswegen werdet ihr hundertprozentig mit spitzen Gegenständen irgendwas verletzen, wenn ihr da rumpopelt. Das obliegt dann wirklich uns Günz. Denn wir haben den Vorteil, dass wir so Instrumente haben, die die Vaginalwand aufklappen können. Das ist das, was ihr bei der Vorsorge immer gar nicht gerne habt oder keine Frau gerne hat. Und dadurch haben wir natürlich ein geringeres Verletzungsrisiko, haben den Blick frei für so einen Tampon und können das dann gezielt mit einer langen Zange herausholen, ohne was zu verletzen. Klappt das alles auch nicht, dann sind wir Günz dran. Und das ist nichts, wofür ihr euch schämen bräuchte. Das ist Alltag für uns. Sowohl in der Notaufnahme nachts um vier wurde man schon geweckt, weil Tampon verloren, Tampon vergessen. Ja, nachts um vier ist natürlich brutal. Je nach Zeit, wie lange das Ding schon dort verweilt, ist das natürlich notwendig. Aber wenn das jetzt erstmal zwei, drei Stunden sind, braucht ihr auch keine Panik haben. Könnt auch bis zum nächsten Tag warten, bis eure Günz die Sprechstunde wieder beginnt. Also hier wirklich keine Scheu, ganz im Gegenteil. Lieber früher vorbeikommen als später und auch lieber mal den Fehlalarm. Hatten wir auch schon zuhauf. Ich glaube, ich habe meinen Tampon vergessen. Ich komme nicht mehr dran. Wir suchen und suchen, da ist kein Tampon. Auch was Kondome angeht übrigens. Selbes Dilemma. Also auch hier wirklich nicht scheuen. Einfach vorbeikommen. Dafür sind wir da. Wir sind Profis. Wir machen das so oft. Das glaubt ihr gar nicht. Also bitte, bitte, bevor ihr da mit irgendwelchen Werkzeugen arbeitet, bitte zu uns kommen. Steckbrief zum Toxic-Schock-Syndrom. Schon gesagt, das ist mitunter lebensbedrohlich. Es gibt Bakterien, die machen sogenannte Toxine, Exotoxine, geben die also frei. Das können Streptokokken sein, das können auch Staphylokokken sein. In den meisten Fällen sind es die sogenannten Staphylokokken, die wir ja überall auf der Haut haben. Wir sind besiedelt von Staphylokokken. Das ist auch alles ganz wunderbar und toll. Aber wenn sie sich zu schnell ausbreiten und diese Toxine in unseren Kreislauf feuern, dann kann es wirklich dramatisch werden. Das ist eine intensivmedizinische Behandlung. Fast immer. Denn du wirst wahrscheinlich hohes Fieber haben, Schwindel haben, Kreislaufzusammenbrüche haben, niedrigen Blutdruck haben. Das ganze Sortiment an Schocksymptomatik. Und hier muss schnell intensivmedizinisch behandelt werden. Du brauchst Flüssigkeit, du brauchst Antibiotikum, du brauchst das ganze Potpourri, was wir in der Medizin haben, um das Leben zu retten bei einem akuten Toxic-Schock-Syndrom. In den 80er, 90ern absolutes Schreckgespenst, weil gehäuft beobachtet bei Tampon-Benutzerinnen. Aber so ein Toxic-Schock kann durch alles verursacht werden. Jeglicher Fremdkörper auch in einem kann ein Toxic-Schock verursachen. Auch Vorunkel können ein Toxic-Schock verursachen. Es ist also nicht nur begrenzt, dieses Syndrom, auf Tampon-Anwenderinnen. Aber man hat gemerkt, dass gehäuft Tampon-Anwenderinnen bei langer Liegedauer da Probleme bekommen haben. Das hat sich mittlerweile ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, sehr reduziert. Erstens, weil wir viel besser in der Hygiene sind, in der Aufklärung viel besser sind. Diese vier bis acht Stunden Liegedauer, früher waren die Tampons ganz anders zusammengesetzt, konnten länger liegen bleiben, bessere Saugfähigkeit. Dadurch gab es natürlich auch viel mehr Potenzial für dieses Toxic-Schock. Also trotzdem auf dem Schirm haben, wenn so ein Tampon länger liegt, wirklich als diese acht Stunden, dann muss das raus. Ob das beim Gynne ist, oder ob das zu Hause ist, durch Partnerin, Partner, das ist ganz, ganz wichtig. Früher hat man das öfter gesehen, heutzutage seltener geworden, ein sogenanntes Exanthem, ganz typisch. Also Rötungen an der Haut bei einem akuten Toxic-Schock. Heutzutage selten gesehen. Ich habe es, glaube ich, auch erst einmal in meiner Karriere so richtig ausgeprägt gesehen. Und diese Patientin war wirklich, ja, kurz vor knapp, muss man wirklich sagen. Ja, wie du jetzt mitbekommen hast, gar nicht so selten, auch wenn du das vielleicht für dich unmöglich vorstellen kannst, aber es passiert und wir haben sehr oft damit zu tun, deswegen scheut euch nicht, zu uns günstig zu kommen. Wir helfen euch da gerne und zur Not ist es nur ein falscher Alarm gewesen. Wenn du sowas merkst, Tampon vergessen, es riecht komisch, du hast Fieber, Schüttelfrost, dir geht es richtig schlecht, dir ist schwindelig, sofort in eine Klinik, in ein Krankenhaus und die ganzen Symptome schildern und auch sagen, es könnte sein, dass da irgendwo noch ein Tampon liegt. Ganz, ganz wichtig in diesem Sinne, ich wünsche euch ein gutes Gelingen beim Tamponfischen oder Kondomfischen. Ihr kriegt das hin und zur Not sind wir für euch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.